ich bin hendrik der technische außendienstmitarbeiter der firma ks tools jetzt zeige ich euch das händschellenwerkzeug sieht einfach aus aber ist für die werkstätte sehr sehr hilfsreich ich habe hier ein schlauch mitgenommen an dem ich das präsentieren kann also ich gehe einfach von der seite rein und linkes raus im normalen sage ich mal tagesgeschäft ist es so dass die kunde einfach mit dem schraubenzieher rein gehen und die gefahr ist dass die klammer verbogen wird das andere problem ist es man kommt nicht immer von dieser position dran man muss das werkzeug einfach auf gerade oder auf anderer seite umstellen ich tue es jetzt hier ganz leicht fixieren macht die klammer wieder rein und jetzt kann ich das gleiche von der anderen seite machen sieht einfach aus aber bei den autos ist wirklich so dass man von der von der verbaufläche sehr sehr wenig platz hat dass man wirklich nur von der seite dran kommt aus dem grund ist das werkzeug auf dem engsten platz nutzbar